Ja, hier ist MC Bastard Wollt ihr wissen, wie es wirklich war? Wollt ihr die wahre Geschichte der Hassrapper wissen? Geht am 19.09. in den Laden und holt euch im Fadenkreuz mit Uzi, Blockmonster und Schwarz Hirntod, Horrorcore, ich bin drauf auf dem Album Bastard Features auf der DVD, auf der CD Holt sie euch am 19.09. Fadenkreuz Die freie Meinung wird verliert in diesem Kampf um das Mundrecht Verbietet mir den Mund, doch ich sag, das ist Unrecht Packt das Problem an der Wurzeln lang Anstatt die Oberfläche, an der ihr klebt bis zum Untergang Bald überall und bei Distributions.com und Hirntod Rekord Exklusiv mit einem Poster im Fadenkreuz Und demnächst Horrorcore, das Album Mit dem Blockmonster Eeeeeeeeeee Und demnächst Und demnächst